heute ist sonntag also das video wird wahrscheinlich irgendwann nächste woche kommen ich weiß nicht ob youtube das als short verpackt oder nicht also ich bin jetzt hier gerade beim aufnehmen von dem sonntags video und ich finde es hier oben extrem geil und da vielleicht wissen einige noch das war mein erstes video das habe ich von da oben gefilmt und ja es halt übelst geil hier ja und das wollte ich euch nur halt mal ganz kurz zeigen als exklusiv video sozusagen kommt es nächste woche am freitag kommt natürlich wieder keks berichtet am sonntag der livestream hoffentlich freut ihr euch drauf genau gut dann